Zwei Jahrzehnte gucken, staunen, selber machen. 20 Mal Tag des traditionellen Handwerks. Und das am 20. Oktober 2019. Naja, klappt eben nicht immer alles. Für viele Erzgebirge aber ein Tag, an denen jede Menge Handwerksbetriebe ihre Werkstätten öffnen und einladen zu einem Rundgang durch ihre Produktionsstätten. In diesem Jahr wieder mit dabei Heiko Kretschmer aus Brünnlos, vielen auch bekannt unter dem Namen HK Holz. Im vergangenen Jahr vermasselten dem Tischlermeister eine Baustelle auf der Dorfstraße und das Sturmtief Fabienne die Tour, als große Teile seines Daches sprichwörtlich vom Winde verweht wurden. Nun, ein Jahr später, erinnert erst einmal nicht mehr viel an den entstandenen Schaden und es scheint, als sei bei HK Holz die Normalität wieder eingezogen. Gut besucht war die Werkstatt und der Ausstellungsraum des Tischlermeisters an den Adressen Dorfstraße 22a und 31. Unter dem Motto Kunst trifft Handwerk zeigte man bei HK Holz, was damit gemeint ist. Hier werden nicht nur edle Hölzer aus fernen Ländern verarbeitet, sondern auch heimische Hölzer treffen hier auf modernes Zeitgeschehen. Dass diese Uhren einzigartig sind, versteht sich von selbst. Kein Holz gleicht in Form und Struktur dem anderen. Und längst nicht nur Neues erblickt das Licht der Welt in Kretschmers Werkstatt. Altes zu bewahren ist Heiko Kretschmer ebenso ein Bedürfnis. Als Restaurator ist er immer bestrebt, alte Arbeiten von Tischlerhandwerkern aufzuarbeiten, um es für die Nachwelt zu erhalten. Aber er geht auch eigene Wege, wenn es ums moderne Wohnen geht. Dann treffen ausgefallene Hölzer auf Alltagsgegenstände, die dann noch in Kombination mit Metall gebracht werden. Durch diese Mischung entstehen einzigartige Unikate für modernes Wohnen. Jahr für Jahr entschließen sich immer mehr Betriebe, den Tag des traditionellen Handwerks zu nutzen, um zu zeigen, was in der Region produziert wird. Wie wichtig ist so ein Tag für das traditionelle Handwerk im Erzgebirge? Also ich denke, dass er schon eine große Wichtigkeit irgendwo hat, weil die Betriebe hier die Chance haben, das zu zeigen, was sie wirklich können. Also den Kunden, den Kunden zu zeigen, was Handwerk heutzutage kann. Handwerk kann noch so viel mehr. Auch davon konnten sich die Besucher an diesem Sonntag überzeugen. Bei diesem Handwerk kommt es darauf an, wie feinfühlig man das Drechseleisen an die edlen Hölzer führt, um eine glatte Oberfläche zu erreichen. Daraus entstehen nicht nur kleinste Figuren, auch edelste Füllfederhalter für den gehobenen Anspruch entstehen auf diese Art und Weise. Der Tag des traditionellen Handwerks, für Sandro Schwand die richtige Gelegenheit, diesen Tag zu nutzen, die eigene neue Palette Schwibbögen der Öffentlichkeit vorzustellen. Bei seinen Arbeiten lohnt es sich, einmal genauer hinzusehen. Die vielen kleinen Details machen seine Lichterbögen zu etwas Einzigartigem. So manche Fragen nach der Zeit wurden gestellt. Manchmal etwas kurios, wie dieses Schild hier zeigt. Und auch fachlich, wenn es um Speichermöglichkeiten für Wärme und Heizöl geht. Viel Interessantes und Anregendes konnten die Besucher beim Rundgang durch die Betriebsräume von HK Holz entdecken. Trotz der vielen Baustellen und unzähligen Umleitungen fanden einige Besucher durchaus den Weg nach Brünnloos. Das stimmt zufrieden. Oder? Ich bin sehr zufrieden. Die Leute haben trotzdem zu uns gefunden. Trotz der schwierigen Straßensituation zeigt einem auch das Interesse der Leute, dass die den Weg auf sich nehmen und auch mit der Umleitung fahren. Und dann, wie gesagt, trotzdem zu uns gefunden werden. Da freue ich mich sehr. Neben dem traditionellen Handwerk gibt der Handwerksmeister immer auch ansässigen Kunstschaffenden die Möglichkeit, ihre Werke in einer kleinen Ausstellung zu präsentieren. Aufsehen erregt hier besonders Andreas Grunert mit seinen Bleistiftkindern. Er hat eine breite Palette seiner Porträtbilder mitgebracht. Neben prominenten und bekannten Persönlichkeiten des Alltags zeichnet er aber auch Tiere. Andreas Grunert legt sehr viel Wert auf absolute Detailgenauigkeit. Genau das zeichnet den Porträtmaler aus Brünnloos aus. Und wo andernorts schließlich der 20. Tag des traditionellen Handwerks zu Ende ging, war bei Hacker Holz in Brünnloos noch längst nicht Schluss. Mit einer Buchlesung sollte dieser Tag kulturell ausklingen. Der Verein Fürwort hat sich angemeldet, um spannende Lektüre zu präsentieren, die aus der Feder einheimischer Erzgebirger stammt. Vorgestellt wurden die Autoren von Andreas Schiek. Er fühlte den Autoren auf den Zahn, um Näheres zu erfahren. Anfang des Jahres brachte Annette Steiner-Kretschmer ihr Buch Herzgrube auf den Markt. Dieses Buch hat die Stadt Annerberg und den Kommissar Lorenz zum Hintergrund. Hauptkommissar Lorenz entschied sich für seine Lieblingsstrecke durch Burkhardsdorf, Thum und Andritersdorf über die B95. Wo die B101 in einer starken Kurve bergauf nach Annerberg führte, lenkte er den Wagen geradeaus in Richtung Frohnau. Dieser Ortsteil Annerbergs war durch das Industriedenkmal Frohnauer Hammer bekannt. Das historische Hammerwerk mit angeschlossenen Museums und Gaststätten gehörte bei Lorenz zum Standardprogramm, wenn er Besuch von außerhalb bekam. Genauso wie der Markus Röhlingstall. Die einstündige Führung durch das Besucherbergwerk gefiel jedoch in der Regel noch seinen männlichen Gästen. Den Frauen war es unter Tage bei nur 8 Grad meist ein bisschen zu kühl. Heute ließ er den Parkplatz beim Stollen links liegen und folgte dem mit Betonplatten belegten Weg, der weniger Ähnlichkeit mit einer Straße als mit einem Pfad hatte, in Richtung Bergschmiede. Die zweite Autorin war Claudia Kot. Sie stellte ihr Buch Erzgebirgsmärchen vor. Das erscheint noch im November dieses Jahres und soll auf märchenhafte Weise Lust machen, die Erzgebirgsregion zu entdecken. Seit Tagen schon suchte Trixi nach dem Rezept. Es ist zum Mäusemelken, rief sie. Alle 75 Jahre musste sie diesen besonderen Getreidebrei mit einem ganz besonderen Kau zu breiten. Und das alles nur, damit sie nicht diese krumme Nase, den schrecklichen Buckel und diese riesige Warze im Gesicht bekommen würde, die für Hexen ihres Alters so typisch waren. 300 Jahre war sie nun schon alt und Auxilius, ihr gedrehter Zauberstab, gab ihr zu verstehen, dass die Zeit für dieses Ritual wiedergekommen war. Nun kramte Trixi nach dem alten, ach was, uralten Zauberbuch. Es war so groß, dass es Platz in einer Kleidertrube fand und diesen Platz auch ausfüllte. Ein ganz anderes Thema hat Katrin Ulbrich mitgebracht. Sie schreibt das Heft Bergdoktor. Das Heft mit seinen Geschichten gibt es bereits seit 30 Jahren und die bekannte Fernsehserie gleichen Namens stammt von dieser Heftreihe ab. Seit 18 Jahren schreibt nun Katrin Ulbrich diese Hefte und holt ihre Inspirationen aus dem Heimatort des Geschehens und aus der freien Natur. Jesus, Maria und Josef. Er schreibt, der den Jungbauern zum Verwechseln ähnlich sieht. Oder ist er es etwa tatsächlich? Die Neuigkeit reißt alte, kaum verschorfte Wunden wieder auf. Doch vor allem auf dem Kästlerhof leiden alle unter der Ungewissheit. Mit brennenden Augen starrte er ins Tal hinunter. Inmitten von saftigen, grünen Wiesen lag St. Christoph. Die gepflegten Bauernhöfe wirkten, als hätte der Herrgott seine Hand geöffnet und sie willkürlich auf den Hängen verstreut. Wanderer mit Rucksäcken strebsten über die Dorfstraße dem Hotel zu und irgendwo in der Ferne tuckerte ein Traktor übers Feld. Wie friedlich es hier ist, ging es dem einsamen Mann auf der Anhöhe durch den Kopf. Zumindest noch. Wer kennt es nicht, das merkwürdige Ereignis 1908 um den Ort Tunguska. Bis heute ranken sich fragwürdige Geschichten um diesen Ort. Das lässt viel Spielraum für freie Gedanken. Dieses Thema hat sich Mario Ulbrich ausgesucht und erzählt in seinem Buch die spannende Geschichte um Erik Maurer und seinen Jagdbogen. Er brachte ihm eine Einladung eines russischen Milliardärs und eine ebenso spannende wie außergewöhnliche Expedition ein. Tunguska, Oktober 1911, drei Jahre nach der Katastrophe. Ein Mann mit drei Armen taumelte aus dem Wald. Die Tungusen, die ihn fanden, waren zähe Jäger. In den Jahren seit dem großen Donner hatten sie viel Schreckliches gesehen, doch der Anblick des Mannes mit den drei Armen erschütterte sie zutiefst. Seine Kleider waren zerrissen, seine nässende Haut war zerstochen von den Mückenschwärmen der Taiga, sein Haar so weiß wie sibirischer Neuschnee. Beinahe hätten sie ihn nicht wiedererkannt. Schischkopf, murmelte einer der Jäger. Dann lauter, Schischkopf. Der Name machte murmelnd die Runde unter dem halben Dutzend Jägern, die unterwegs waren, um die Bürgenwälder zu erkunden, die so viele Angehörige ihres Volkes in einem Feuersturm verschlungen hatten. Eine spannende Geschichte im fernen Russland. Was die Expedition im steinigen Tunguska noch alles erleben muss, darauf sind auch die Jäger nicht vorbereitet. Ja und mit dieser kulturellen und spannenden Lesung endet nun auch der 20. Tag des traditionellen Handwerks in Brünlos bei HK Holz.